Samson Mao hat getweetet, I guess I have to use 100x leverage on my announcement tomorrow then. Was möchte er uns damit sagen? Nun, wie du sicher mitbekommen hast, hat die Bitcoin-Konferenz in Miami 2022 angefangen. Das ist die grösste weltweite Bitcoin-Konferenz. Und eben Samson Mao hat hier einen Auftritt heute, also um 10.45 Uhr, das ist um der deutsche Zeit, ist das 16.45 Uhr, deutsche Zeit und er ist hier auf der Hauptbühne und er hat eine wichtige Verkündung zu machen. Es steht hier keine weiteren Informationen. Doch eben Samson Mao gibt mit diesem Tweet einen kleinen Hinweis, dass es sich um eine extrem positive Nachricht handeln könnte, weil er sagt hier so scherzhafterweise, man könnte einen 100er Hebel nutzen, um dieses Announcement zu traden. Natürlich macht er das nicht, er gibt einfach so ein bisschen einen kleinen Hinweis, wie gesagt, dass es sehr positiv für den Markt sich auswirken könnte. Nun, zuerst müssen wir mal wissen, wer ist denn überhaupt dieser Samson Mao? Also Samson Mao war früher Chief Strategy Officer bei Blockstream. Blockstream ist ein Unternehmen, welches sehr stark für Bitcoin arbeitet. Also Blockstream hat die Entwicklung von Bitcoin in den letzten Jahren extrem vorangebracht. Blockstream arbeitet an Bitcoin Core, Blockstream arbeitet an Bitcoin Lightning Netzwerk und auch Blockstream betreibt mehrere Satelliten, mit der die Bitcoin Blockchain auch ohne das Internet immer noch funktionieren kann. Also so nebenbei an all die Leute, die immer sagen, ja, wenn man das Internet abstellt, dann ist Bitcoin tot. Und nun natürlich nicht. Also Bitcoin braucht das Internet nicht, um zu überleben. Aber natürlich brauchen ganz viele Applikationen, die mit Bitcoin interagieren, das Internet. Und ich meine, wenn man das Internet nicht mehr hat, dann haben wir ganz andere Probleme als Bitcoin. Also dann funktioniert nichts mehr auf der Welt. Aber einfach so nebenbei, Bitcoin braucht das Internet nicht. Und eben Unternehmen wie zum Beispiel Blockstream sorgen dafür, dass es genug Satelliten im Weltall gibt, dass eben diese ganze Versorgung sichergestellt ist. Und wie gesagt, Samson Mao arbeitet nicht mehr bei Blockstream, sondern er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Bitcoin in Staaten zu adoptieren. Und deswegen steht auch hier in seinem Twitter-Profil Working on Nation-State Bitcoin Adoption. Also sein Ziel ist es, dass immer mehr Staaten Bitcoin adoptieren, genauso wie El Salvador. Und genau darum hat er hier auch ein Bild von ihm und Najib Bukele, der Präsident von El Salvador. Und Samson Mao war auch ein intensiver Berater für Najib Bukele, um dieses ganze Bitcoin-Projekt in El Salvador umzusetzen. Also Samson Mao ganz sicher ein absoluter Bitcoin-Experte. Samson Mao ein Mann, der wirklich Kontakte hat in die Hochkaräter der Bitcoin-Szene. Und nun, das ist wirklich hier ein sehr angesehener Mann in der Bitcoin-Szene. Das auf jeden Fall. Aber eben, was könnte denn nun seine Verkündung sein, die er hier machen könnte? Was möchte er uns sagen? Nun, es gibt hier einige Vermutungen und das hat mit diesem Tweet hier zu tun. Am 18. März hat Samson Mao getweetet, Guatemala Coffee is so good. Nun, was könnte wohl Samson Mao in Guatemala machen? Hm, wahrscheinlich nicht einfach nur Kaffee trinken. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Samson Mao in den letzten Monaten intensiv mit Guatemala zusammengearbeitet hat, um eben auch in Guatemala Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einzuführen, dass er hier in Kontakt ist mit verschiedenen Politiker von Guatemala. Und hier dieser kleine Hinweis, Guatemala Coffee is so good. Nun, warum denn genau Guatemala und warum könnte das wirklich wahr sein, dass Guatemala auch Bitcoin adoptiert? Nun, schauen wir mal auf die Karte. Guatemala liegt genau neben El Salvador. Also, Guatemala ist ein Nachbarland von El Salvador. Und deshalb hat Guatemala natürlich diese ganze Bitcoin-Adoption von El Salvador hautnah miterlebt. Guatemala hat die Vor- und Nachteile von dieser ganzen Bitcoin-Geschichte in El Salvador hautnah miterlebt. Und vor allem die Vorteile. Ich meine, was hatte denn El Salvador für Vorteile von dieser ganzen Bitcoin-Adoption? Nun, zuerst einmal der Tourismus. Der Tourismus in El Salvador ist absolut explodiert, seit Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt wurde. Das hat Guatemala sicher auch mitbekommen und wahrscheinlich sind sie hier jetzt auch ein bisschen neidisch. Zudem, die ganzen Möglichkeiten in Sachen Bitcoin-Mining. Ich meine, Guatemala hat sicher auch mitbekommen, dass El Salvador gutes Geld verdient mit Bitcoin-Mining. Oder beziehungsweise jetzt noch nicht, aber wie viel Geld sie noch verdienen werden, wenn dann die ganzen Mining-Anlagen einmal fertig gebaut sind. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass hier Guatemala ein bisschen liebäugelt, das Ganze ebenfalls einzuführen. Und eben die Hinweise, dass man hier mit Samson Mao in Kontakt ist, diese deuten das auch an. Ich denke auf jeden Fall, dass diese Ankündigung hier von Samson Mao heute Abend, also heute kurz vor Mittag in Miami, dass diese Ankündigung irgendetwas mit einer staatlichen Adoption zu tun hat. Wie gesagt, das Ziel von Samson Mao ist es, Working on Nation-State Bitcoin Adoption. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was er uns hier heute erzählen wird. Dann haben wir noch weitere spannende News, nämlich das Lightning-Netzwerk. Das Bitcoin-Lightning-Netzwerk schreitet weiter voran in seiner Entwicklung und so hat das Lightning Labs, das ist ein Unternehmen, welches die Entwicklung vom Lightning-Netzwerk ebenfalls fördern möchte, hat 70 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt, um hier die Entwicklung voranzutreiben und auch das Taro-Stablecoin-Protokoll. Das ist ein Protokoll, damit man einfacher Stablecoins auf dem Lightning-Netzwerk hin und her schieben kann. Weil du musst wissen, man kann keine Stablecoins vom Bitcoin-Netzwerk, also von der Bitcoin-Blockchain, direkt in das Lightning-Netzwerk senden. Es braucht immer so Bridges, genauso wie bei allen anderen Blockchains. Man kann nicht einfach von einer Blockchain in die anderen. Es braucht immer solche Bridges und eben dieses Taro-Protokoll möchte ein Protokoll sein, das du eben auf dem Lightning-Netzwerk Stablecoins erzeugen kannst, indem du irgendwo richtige Stablecoins irgendwo einloggst und dann werden eben Stablecoins erzeugt, auf diesem Taro-Protokoll und so weiter. Eigentlich eine Bridge, eine Stablecoin-Bridge für das Lightning-Netzwerk, woran hier gearbeitet wird. Und das ist natürlich wirklich sehr schön zu sehen, dass auch die Entwicklung vom Lightning-Netzwerk voranschreitet, was natürlich sehr wichtig ist. Apropos Lightning-Netzwerk, natürlich gibt es nicht nur von Samson Mao heute eine Ankündigung, sondern auch ganz am Schluss heute, der letzte Auftritt hat, müssen wir ganz nach unten scrollen hier, Jack Mellers. Jack Mellers, ich habe es im letzten Video zum Thema Apple schon gesagt, Jack Mellers wird hier heute auch etwas Spannendes verkünden. Wir wissen noch nicht, was es könnte etwas mit Apple zu tun haben. Wahrscheinlich hat es sicher etwas mit dem Lightning-Netzwerk zu tun. Auch sehr spannend heute. Ich werde natürlich die Ankündigung, werde ich ganz sicher live verfolgen. Es gibt einen Livestream hier von der Bitcoin-Konferenz. Du findest es auf YouTube oder hier direkt auf der Webseite von der Bitcoin-Konferenz. Gut, zum Schluss können wir noch kurz auf den Preis schauen. Ja, gestern ist der Bitcoin-Preis sehr stark gesunken. Ich denke, das hatte vor allem mit dem Aktienmarkt zu tun, weil gestern gab es eine Ankündigung von der amerikanischen Notenbank, dass die Bilanzsumme stärker reduziert wird als geplant. Und der Aktienmarkt hatte natürlich sehr sensibel darauf reagiert und Bitcoin korreliert natürlich immer noch sehr stark mit dem Aktienmarkt. Deshalb gab es hier auch gestern einen kleinen Ausverkauf. Es könnte aber auch sein, dass einfach das große Player den Markt ein bisschen manipulieren wollten, dass große Player den Preis nach unten drücken wollten, damit sie sich hier noch ein bisschen günstig einkaufen können vor den heutigen Ankündigungen an der Bitcoin-Konferenz in Miami. Das könnte natürlich auch sein. Wir wissen es nicht. Grundsätzlich sieht der Chart jetzt eigentlich nicht mehr so gut aus. Es wäre sehr gut gewesen, wenn hier diese Zone gehalten hätte. Wir sind jetzt hier wieder drunter gefallen. Es wäre wirklich sehr wichtig, dass wir schnellstmöglich wieder in diese Region nach oben kommen. Ansonsten erwarte ich eine weitere Seitwärtsbewegung. Und das wäre sehr schade, dass wir hier dieses Momentum verlieren würden. Das wäre wirklich schade. Deswegen hoffe ich auf bullische Nachrichten heute aus Miami. Ich bin gespannt, was passieren wird. Schreib mir gerne in die Kommentare, was deine Vermutungen sind. Was könnten wir heute erwarten? Oder vielleicht erwarten wir einfach gar nichts und es kommt nichts und der Preis fällt noch mehr. Haltest du das für wahrscheinlich? Nun schreib es mir in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall gespannt, deine Meinung zu lesen. So, das war es mit diesem heutigen Update. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.